Also es gibt da so ein kleines Bergdörfchen, das heißt Pinja, ist wunderschön, also wenn man da entlang Richtung, lass mich kurz überlegen, Algar-Schola fährt, kann man so den Berg rauf fahren und das ist so ein unglaublich süßes Dörfchen und für mich richtig französisch, alles ist abgestimmt, die Verwäscheklammern bis zu den Blumen, alles, echt alles ist farblich abgestimmt, das ist so richtig französisch noch. Und ja, es gibt so ein kleines Café dort, ganz ganz am Rand, mit Klippe runter und Blick auf Zitadelle bis rüber nach Algar-Schola, alles, also das ist die ganze Bucht, ist wunderschön dort, auf jeden Fall sehenswert.